WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, genau, wenn man treibt, muss es hinbekommen. Ja, gerne. Das ist immer voll definiert. Bei dir ist aber auch alles definiert. Könnte es sein. Nee, nicht aber. Und alles ist muslig. Auch nicht. Das stört gar nicht. Zum Beispiel... Zum Beispiel finde ich unseren Kuh bei Erzählig, beziehungsweise bei Samson, jetzt war Erzählig, ich habe nur eine Putze. Oh, Grundlich. Nein. Das sagst du auch manchmal. Ja, wenn er komische Teile macht. Guck mal, er ist ein... So, ich sag hier, auf der Stange sitzt, wenn er frisst. Also guckt, er frisst. Schau dich, er frisst.